Willkommen zu einer neuen, verschneiten Folge von Batman Arkham Origins. Wir sind im Stahlkraftwerk von Sionis und... Ja toll, dass du das damit ausschalten kannst, Batman. Und? Hat das was gebracht? Ja, wir können jetzt hier lang gehen. Gut. Wir sind jetzt in der Ladebucht. Haben wir jetzt eigentlich den Code? Ist der Typ einfach... durchgeknallt ist? Okay, was haben wir da? Okay, was ist das für ein Stahlwerk? Wo ist erstens drinnen Meterhohe? Weil, wie gesagt, Eiszapfen Eissäulen gibt. Müsste es in dem Stahlwerk nicht so kochend heiß sein, dass da nicht mal ansatzweise Schnee entstehen kann? So, guck mal, wir haben wieder was gefunden. Okay, da müssen wir lang. Und da geht's auch nicht mehr weiter. Ist das der Bane? Könnte Bane sein. Oh, ich glaub nicht, dass Bane so angemalt ist. Okay, wie viele Leute sind das? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 Leute. Wahrscheinlich einer gepolstert. Und wo ist der, der am Kran rumfummelt? Komm mal. Können wir hier irgendwas tolles machen? Okay, die ist abgeschlossen. Ja, verdammt. Okay, dann wollen wir mal den Kügelspaß begeben. Wir können hin. 興 vậy, seid ihr kapite? Oh-oh! Sieh話 für ihn! Doesa Größe ist nicht erinneren? Na komm jetzt aber, jetzt geh mal drauf hier. Bam. Yes, sir. Yes, sir. I want you dead. You understand me? Deader than dead. He gets past us, and any of you that survive will wish you were deader than dead, too! I'll take your age, son. What else can we do? I'll take your arms out of their sockets! Ah! Ah, too bad! Will er mich verarschen. Zeigt an, dass ich da rüberspringen kann. Macht das aber nicht. Now I shall be mental. It's better than nothing! What do we do?! They ain't gonna recognize your body when I'm done with you! Yeah! Nope! You're about to lose your age! You ain't getting away with- Here it comes! Where come this here? Yeah! Where do we do that? Gepanzerte Fisch-Drecke. So. Können wir hier was machen? Können wir hier. Ja, die haben wir schon. Irgendwie glaube ich nicht, dass das jetzt so... Was war das? Hallo? Wer hat das gemacht? Ich benutze meine Evidens-Skanner, um den Körper zu examen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Seine System hat sich verletzt. Er hat sich verletzt. Er wurde verletzt. Hm. Hm. Er hat sich verletzt. Und dann rief in den Elevator. Wir sollten nachdenken. So können wir nachdenken, denn wir können unsere Arbeit nicht beantworten? Nein. Ich versuche, es war eine Art Wälderwälder oder was. Wir konnten es nicht wegnehmen. Hey, yo. Etwas fühlt sich hier nicht. Es ist wie, dass wir geachtet werden. Wir sollten wirklich nachdenken. Let's go to work! Genau. Immer den mit dem Messer. Genau. Immer den mit dem Messer. So, jetzt kriegst du hier erstmal eine Behandlungskur. Da? Hmm. Ja. Kum us? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Iiii. Ich bin sicher. Wir Sie werden hier abgehauen! Sie halten Sie in hier irgendwo. Was sagst du, Joe? Wir lassen sie weg? Ich lasse sie. Er hat uns das Brust gebeten. Oh, warte! Nein, er hat niemals getan. Das stimmt. Wie kann ich das nicht abwenden? Wenn ich hier rauskomme, werde ich beide töten. Oh, kommen wir zuerst weg. Da ist einer, da ist einer, da rennt drei rum. Und da ist auch noch einer. So, jetzt haben wir die mit der Antenne weg. Ich glaube, er hat ihn so gesehen. Ich weiß, er hat ihn so gesehen. Ich glaube, er hat ihn so gesehen. Warum rennt ihr eigentlich gleich wieder hierher? Der Grundsang rum. Ich glaube, er hat ihn so gesehen. Ich weiß, 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 er hat ihn so gesehen. Das ist eine Erste. Ich weiß, er hat ihn so gesehen. Es fühlt sich nicht. Du wirst nicht. Copperhead. Erzähl ich, dass ich was du willst. Mach ihn, und ich will! An empty promise von einem Fallen King. Ich weiß über Joker. Ein paar Freakten. Du wirst, du weißt. Was hast du mit mir gemacht? Ich habe dich zu töten. Und in ein paar Minuten, dein Körper wird es verstehen. Das ist es. Gehe deine Kraft. Mit jedem Effort hast du dein Endeffekt. Du musst die Raum für... ...Copperhead's Poison. Ja. Das sah eben nicht gut aus. Female Perspiration. Copperhead. Das ist ihr Schweiß. All I need... ...is one drop of Poison. ... 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 wir es an die Oberfläche schaffen. Seht ihr im nächsten Part, wenn es euch bisher gefallen hat, lasst ein Daumen hoch da oder ein Abo. Wir sehen uns nach... ja, gleich wieder.